Gesund bleiben, füreinander da sein, das Leben trotz mancher Handicaps genießen, sich um Hilfs- und Pflegebedürftige kümmern. All das zählt in diesen Zeiten mehr denn je. Im neu gestalteten Seniorenratgeber geht es genau darum, um Gesundheit, um das Lebensglück im Alter und um Fürsorge für sich und für andere. Um alte Eltern, um die kranke Partnerin oder um eine gute Freundin, die jetzt auf Hilfe angewiesen ist. Denn je älter wir werden, desto mehr wissen wir zu schätzen, wenn es uns und unseren Liebsten alles in allem gut geht. Der Seniorenratgeber ist im September 44 Jahre alt. Ich finde wirklich ein Grund zum Feiern und mich als Chefredakteurin macht es wirklich stolz, dass es unser Apothekenmagazin schon so lange gibt. 44 Jahre, aber wir sind immer noch jung genug, um uns immer wieder neu zu erfinden.